hallo leute und willkommen zurück zu einem weiteren part von die sims 3 so ich weiß jetzt gar nicht was wir in der letzten folge gemacht haben so da ist jetzt gerade einer kurz bei mir ins zimmer gekommen da muss ich kurz die aufnahme pausieren ok in 17 stunden hier plauder mal ein bisschen mit deinem chef und was kannst du machen gitarre ok wie viel kostet denn eine gitarre nach fach 600 wisst ihr was wir verkaufen einfach das auto und kaufen uns dann eine gitarre und du kannst dann auch direkt mal gleich spielen und du kannst mal klar ja mit deinem chef an der wurde auch hier nehmen oder ach fuck ist im schwimmbad los auf zum schwimmbad nein hier schwimmbad besuchen ach fuck das tut das in den ohren weh ok go los schnapp ihn dir wo ist all wie älwie Oder ist da im anderen Schwimmbad rum? Ist da hier? Ne, das ist, äh, hier. Cleve. Ach, Alter, ey. Da müssen wir ihn halt einladen, ey. Komm mal zum Stadtpack, ey. Los. So, wo ist der jetzt? Ey, hier. Also, ich mag die Farbe grün. Weil das ist meine Lieblingsfarbe. Ja, meine Lieblingsfarbe ist blau. Weil ich finde, blau passt irgendwie zu allem. Ähm, ja, ich bin grün cool, weil ich, ja, weil ich die Farbe mag und... Ja, okay. Äh, tolle Zeit mit der Gruppe verbringen. Äh, freundlich ein bisschen kennenlernen, dann könnt ihr euch mal freundlich über neue Arbeit reden, dann ein bisschen über die Arbeit diskutieren. Ähm, ein bisschen plaudern. Äh, was hältst du denn von Tischen? Die sind doch irgendwie gut zum Schreiben oder zum Arbeiten, ne? Ja, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, was das Teil, ja, bedeutet. Ja, Tische. Das könnte ja da gut drauf passen. Weil ich glaube, das ist doch so ein neuer Computer, ne? Glaub ich schon. Ey, was ist das für ein Teil? Ich habe ja immer meine Tasche damit. Und, äh, könnte ich dir ja auch was anderes reintun, außer Arbeiten? Ja, klar, du kannst einfach den Tisch da reintun. Ja, du kannst auch ausklappen und dann... Ah, okay, dann heißt ich, ich kann also diesen Tisch in die Tasche einklappen und ich werde dafür nicht verhaftet. Oh, mein Aktenkoffer, ne? Ich tue den immer auf den Tisch und da ist auch einmal der Tisch, äh, kaputt gegangen. Ha, und dein Aktenkoffer hast du auf den Tisch gelegt und hast den dann, äh, hast dabei den Tisch kaputt gemacht. Ja, mit diesem einem Gerät da, das ist, äh, das war auch auf dem Tisch und, äh, deswegen ist auch der Tisch eingestürzt. Aha, Yoko Lan. Okay. Also, pass auf, ich trainiere ja gerne, ne? Die Handeln, damit habe ich mein Bizeps und mein Trizeps ein bisschen aufgepumpt. Äh, du läutest also auch, damit du schnell gehst? Ja klar, ich habe auch die Handeln, damit ich meine Arme schen, weil ich jemand in die Fresse hauen muss, wenn du mich rausgeschmissen hast. Also, das heißt, dass du bist ein durchtrainierter Mann, der mir vielleicht einen in die Fresse hauen könnte? Ja, da haben sie recht. Okay. Ähm. Oh. Äh. Sollen wir es machen? Komm. Ähm, dürfte ich vielleicht den schwarzen Aktenkoffer mal haben? Das wäre nämlich ganz toll. Oh Mann. Oh Mann. Entschuldigung. Entschuldigung. Bitte entschuldigen Sie mich. Bitte entschuldigen Sie mich. Ganz schön laut, Kumpel. Ähm. Tag verschönern. Ähm. 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 Nebagi? Äh. Was macht die? Die spielt noch Gitarre. Ähm. 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 Das war jetzt. Wie ist das Level 1? Naja, die Musik hört sich schon ein bisschen besser an. Wie ich gehört habe. Na. Wie ich gehört habe. Na. War Mortimer Grusel ziemlich grob zu Jolande Junggesell. Hui. Nicht dein Ernst. Ähm. Über Wirtschaft schwärmen. Äh. Von meinem Haus schwärmen. Lustig. Ein bisschen Greenmasse schneiden. Lustig. Ich... Witze bei Arbeit machen. Ich hoffe ich fliege nicht raus. Oh Gott. Oh Gott. Oh. 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 Oh Το. Die Zornbürste. So eine Sonnenbrülle, die die Sonne hat, ne? Die mag ich richtig sehr. Und das ist ein Stummucker. Sieb. Baba Sieb. Warbelpflanz, meine. Jamey, Shubad. Barnar, Harlikar. Waxminna. Zia. Argo. Tawasas, izadik. Ja. Was ist das? Ich könnte mal aufhören zu spielen und jetzt mal schon mal schlafen gehen. Bordang. Bordang. Ja, wir verstehen uns schon langsam gut mit dem Chef. Und bitte gibt er uns jetzt eine Gehaltserwählung. Okay, aber ich glaube, eine Beförderung wird da auch nicht sein. Okay, dann... Auf Wiedersehen. Ah, du sollst schla... Ah, okay. Du warst noch kurz auf Toilette. Warte, schlafen und dann kannst du duschen und dann kannst du die Reste essen. Und du kannst auch mal schlafen, dann duschen, dann auch ein Rest essen von Waffeln. Wie viele Minuten habe ich noch? Okay, noch zwei. Ja, ich habe mir auch einen Timer für Sims 3 eingestellt, damit ich nicht zu lange aufnehme. Mal gucken, was es hier so abgeht. Lass uns mal auf dem Friedhof vorbeischauen. Sind hier irgendwelche Geister? Mann, ich möchte Geister sehen. Was ist das da hinten? So, das war ein Baum, die ganzen... Jetzt ist es da. Manuel. Manuel. Also, man löst da sogar die Nachbarn bis hier hin. So, noch 40 Sekunden. Und da stehen auch schon die guten Herrschaften auf. Aber ich würde erst mal sagen, ich beende hier erst mal die Aufnahme. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch ein Däumchen nach oben da. Bewertet dieses Video oder abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und auf dem Laufenden zu bleiben. Und dann hockt da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschau.